Moin, Moin heiße ich euch alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. So sieht's aus. Jupp, das Team der Woche, ja, gibt's nicht mehr. Also es gibt kein neues Team der Woche. So sieht's mal aus. Heißt also, das Team der Woche 53 ist das letzte Team. Ich hab auch schon in der Web-App gesehen. Ja, die neue Web-App ist raus. Ja, ich hab schon geschaut. Das ist das neue Team, das erste Team, das Team der Woche schon drin. Apropos Team der Woche schon drin, hier ist unser Team des Monats. Juli! Ja, was ist im Juli passiert? Ich glaub, im Juli hatten wir versucht mit einem dänischen Team theoretisch, ja, den Aufstieg zu erlangen. Was leider uns überhaupt nicht gelungen ist. Im Gegenteil, leider sind wir abgestiegen. Und, ja, jetzt heißt es theoretisch, aufbauen auf, äh, auf neue, auf eine neue Situation. Ganz klassisch, wie ihr es kennt. Das sind die Spieler, die im Team des Monats dabei sind. Guti! Also, dann spielen wir heute mal gegen das nächste Team von euch. Ähm, heißt automatisch, dass das Let's Play eine Folge tiefer, schneller wird. Aber das macht, glaub ich, nichts. Das heißt, Ingolstadt kommt Dienstag und Mittwoch. Denkt mal, aber ihr werdet das alles nicht als, äh, doof ansehen. So, wir spielen heute gegen das Team von BarryXHD YouTube, äh, ähm, jo, der hat einige Teams, äh, wir schauen einfach mal durch. Wir haben zum Beispiel das deutsche Bundesliga-Team, ähm, sieht schick aus. Dann haben wir ein Frankreich-Team. Joa, das sieht eher so lala aus, erst recht, weil, äh, der hier mal so überhaupt nicht in dieses Frankreich-Team gehört. Ähm, da haben wir ein England-Team. Auch nicht schlecht. Ich spiele alle in der englischen Premier League, außer die hier irgendwie nicht. Dann haben wir ein Serie A-Team. Ja, ja, da haben wir aber auch, ne, obwohl es zweite Liga, ne? Äh, Spanien-Team. Ja, das würde ich fast schon am ehesten sagen, dass das, ja, obwohl, da haben wir wieder so diesen Kandidaten, der hier eigentlich normalerweise genau Italien spielt. Also, äh, dann das BBV-Team, das würde ich sagen, das gegen das Spiel, wir heute, ähm, ja, das gegen das Spiel, wir heute. Äh, also, es gibt jetzt noch ein besseres Team. Was auch immer, dass es ein Team sein soll, aber es sieht okay aus. Äh, Entschuldigung. Also, wir springen gegen das Team heute. Und, na, dann kriegen wir mal, ne? Ähm, 4-5-1-Taktik. Interessant, dass, äh, dieser Mann nicht dort mit dem getauscht worden ist. Aber, die verscheint daran, dass hier die Chemie dadurch besser ist. Sonst halt das Klassische, die Verteidiger, ähm, Nähe der Originalposition hingestellt. Ich würde mal sagen, damit kann man leben. Und damit spielen wir heute. So, ähm, Trikots, ja, das Deutschlandtrikot, ne? Machen wir das Deutschlandtrikot? Das Deutsche Auswehrenstrikot. Und, ja, dann schwimmen wir mal. Mit unserem Team des Monats Juli. Ja, so langsam neigt sich dieses Let's Play dem Ende zu. Es ist einfach so. Wir spielen heute noch mit dem Team A, wir morgen mit dem B, dann übermorgen mit dem A August und dann, ähm, danach den Tag mit dem B-Team und dann ist Ultimate Team vorbei. Ja, dann ist es aus, aus, aus. Das Spiel ist aus, ja. Ultimate Team ist raus. Ähm, aber ich denke mal, damit kann man, komm mal klar, äh, komm mal klar, äh, komm mal klar, äh, ja, ja. So. Dann schauen wir mal, wie diese Partie heute laufen wird. Mit dem Gegner heute. Ähm, ziemlich viele Teams als Auswahl, Auswahltechnisch. Ich finde das gut, ich finde das wirklich interessant. Was, ähm, andersrum auch interessant ist, glaubt, er ist noch gar nicht mal so, äh, der hat nicht so viele Spieler im Verein oder nicht so viele wertvolle Spieler, obwohl ich hab sehr viele Info-Spieler gesehen, also, äh, da frage ich mich, warum, wieso, weshalb der nicht vor mir im Vereins, äh, Modus ist bezüglich, äh, Spieler. Ja, vielleicht, weil wir jedes Mal wirklich Packs gezogen haben und neue Spieler geholt haben und die auch nicht direkt verkauft haben. Wer weiß. Schiedsreder kommt heute aus Südafrika. Vielleicht ist es auch einfach so, dass, äh, dass die Spieler, die da aufgestellt sind, auch die Spieler sind, die die einzigen Spieler sind. Das kannst du auch haben, ne? Ja, das kann alles sein. Also, wir spielen heute mit dieser Elf. Ja, zwei Männer mindestens, sogar drei, äh, die im Team des Let's Plays drin sind. Also, von daher, merkt man schon, dass es eigentlich notentechnisch gar nicht mal so schlecht war im Monat, Juli. Aber es war eben so, dass das nie so ganz hingehauen hat, ein Abschluss. Und damit wir kommen, ähm, ein Abschluss mit dem, mit der dänischen, der Spukal. Eventuell war das auch vielleicht die falsche Idee, dass wir mit einem dänischen Team angetreten sind und nicht mit einem, zum Beispiel, äh, anderweitigen Team. Ähm, aber so ist das. Du kannst die Zeit nicht zurückbringen, kannst nicht sagen, ah, wir spielen doch mit einem anderen Team. Äh, geht nicht. Wir lassen das so. Äh, das Let's Play endet dann so und so. So. Monat Juli. Ja, was sagt ihr dazu? Im Monat Juli hat, weil es die Europameisterschaft endet worden, Portugal gewann die Europameisterschaft. Ähm, Überraschung, Überraschung aus meiner Sicht, weil, ja, wer hätte das erwartet? Nach so einer Gruppen, äh, nach so einem Gruppenphasenspiel Portugal eigentlich so gut wie ausgeschieden. Und dann Europameister. Er hätte das erwartet. Also ich nicht. Und, ja, hier haben wir eben dann den sportlichen Abstieg erlitten. Die sind abgestiegen. Und, ja, so was, so was passiert. So was passiert und, äh, damit müssen wir theoretisch dann auch leben. Also, klar, jeder andere hätte gesagt, so von wegen Abstieg, zeige ich nicht. Aber hey, wir hier schon. Wir hier schon. Und, ähm, das gehört dazu. Das gehört dazu. Du musst auch mal irgendwann mal absteigen und irgendwann passiert es auch mal. Ähm, Was war euer Highlight? Euer Highlight des Monats Juli. Ähm, welches Spiel? Also ich denke mal jetzt, viele von euch haben mittlerweile so ab Monat Juli auch schon, äh, diesen Kanal entdeckt für sich. Und eventuell auch, ähm, ja, wie jetzt geschaut, äh, viele Let's Player auch, äh, sind glaube ich im Sommer, im Juli, beziehungsweise im August, haben Sommerpause gemacht. Wir hier nicht. Wir haben hier durchgezogen. Ähm, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr wieder ein bisschen anders laufen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wie das laufen wird. Es war ja eine Idee auch, dass eventuell wir hier eine Prognose machen für die Bundesliga. Aber, das ist auch alles nur eine Idee. Möglichkeit. Der läuft da ohne Probleme durch. Also das ist natürlich, äh, kontraproduktiv. Das soll nicht passieren. So, und das ist natürlich schlecht, wenn der Verteidiger hier, der Mittelfeldmann Caligiuri hier eigentlich nur da steht und guckt, äh, ja, was mache ich denn hier überhaupt? Ne? Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das soll bitte abgestellt werden. Sie wissen wenigstens, wo sie hin müssen. Ja. Apropos, ähm, am Wochenende ist das Finale von Ryan Jollyfish. Gott sei Dank, also aus meiner Sicht, das ist Gott sei Dank nicht mehr so spannend. Ähm, ihr habt den letzten Teil bestimmt gesehen von Ryan Jollyfish und habt gesehen, dass wir den Titel geholt haben. Ja, war auch ein bisschen der Mann schuld, dass, dass Arsenal das Nachholspiel verloren hat. Äh, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte es echt nicht erwartet. 1 zu 0 wieder trifft. 24. Minute Führung. Ja, Führung auf ganzer Linie ist das nicht, aber es ist die Führung, ja, eigentlich im Endeffekt macht die Abwehr vieles richtig. Vieles, weil sie stehen genau da, wo sie nicht stehen sollen, damit der Spieler da nicht durchkommt. Aber, was sie falsch machen, ist, sie greifen nicht an. Ähm, theoretisch hätten sie angreifen müssen. Wenn sie angegriffen hätten, wäre das anders gelaufen, wäre das nicht das 1 zu 0 gewesen. Sondern es hätte weiter 0-0 gestanden. So, Führung. Ähm, was ich auch gemerkt habe bislang, äh, anscheinend war das keine schlechte Idee, mit dem Team, die Teams des Monats zu nutzen. Bislang haben wir keins dieser Spiele gegen eure Teams verloren. Ja, bislang. Das kann sich alles noch ändern, du glaub mir mal. Das kann alles noch ganz böse ins Auge gehen. Und später weinst du dann, weil du das letzte Spiel, wie letztes Mal, das war, das letzte Mal, als wir ja auch gegen eure Teams angetreten sind, ähm, war das ja so, dass dann das letzte Spiel verloren haben. Ne, das vorletzte, das vorletzte haben wir verloren. Also, das kann alles ganz, ganz böse ins Auge gehen. Passt schon, also. So, wir führen nach 27 Minuten. Hier mit 1 zu 0. Dina verliert den Ball. Es gibt keinen Freistoß. Ist gut, ist gut für uns. Äh, schlecht für den Gegner. theoretisch hätte er, theoretisch hätte er, Freistoß kriegen müssen. Theoretisch schon. Praktisch gesehen, Gott sei Dank. War es nicht der Fall. Ähm, ja, Stadien. Stadien sind mehr oder weniger überhaupt noch nicht bekannt gegeben worden. Ja, aber dadurch, dass die Web-App mittlerweile funktioniert, für viele, unter anderem für mich, ähm, für viele funktioniert sie und da kann man mittlerweile das eine oder andere Stadion schon sehen, welche dabei ist. Ähm, ja, also es gibt keine großen, neuen, großen Innovations, Innovationen, technisch, Stadion. Würde ich dementsprechend sagen, dass wir dann, ähm, Wochenende der Qualifikationen dafür machen, für das neue Stadionturnier, für die erste Liga, beziehungsweise für die zweite Liga. Ähm, und ja, wer steigt auf in die erste Liga noch? Das ist eben das Wichtige. Wer spielt gegen uns? Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass das japanische Team, äh, was neu dazukommt mit dem neuen Stadion, äh, Barcelonas Platz einnimmt. Das heißt also, dadurch, dass Barcelona wirklich, das Camp Nou kommt wirklich anscheinend doch nicht rein. Ähm, die sollen dann im Olympik spielen, wo ich das, was ich echt nicht so toll finde, ehrlich gesagt, dass man jetzt, aber nun gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, die sollen dort spielen. Das ist ein Foul, Schiedsrichter sagt nix, sagt nix, und er sagt weiterhin nix. Ja, wir tun uns sehr schwer, würde ich mal sagen, also, aber das Team ist ja dieses Mal auch, äh, anders aufgestellt. Wahrscheinlich wird es wieder laufen, daraufhin, wie die letzten Male auch, dass es, äh, ein Abschlusszeit sein wird, dass erst, wenn der Wechsel, wenn die Wechsel passieren, dass das Team dann erst auseinanderbricht, und vorher, vorher wird das nicht möglich sein. Ähm, das war knapp. Das war höllisch knapp. Das war ja fast das 1 zu 0 geworden. Aber Gott sei Dank ist es das nicht. kein Foul, und kein Einwurf, denn es ist Halbzeit. Wir führen hier mit einem 1 zu 0 durch VIA in der, in der 24. Minute. Haben sehr viel auf Ballbesitz gespielt. Ja, sehe ich auch so. Aber, was willst du groß machen? Was willst du groß machen bei so einer Mannschaft? Ähm, die steht relativ gut da. Du kannst da nicht viel durchkommen, und theoretisch mit rohen Bällen, ja, könntest du theoretisch lang und weit spielen, aber ich spiel nie mit hohen Bällen. Ähm, hohe Bälle sind eher so Befreiungsschläge. So, Doppelwechsel, jetzt könntest du vielleicht noch was, jetzt könntest du vielleicht was klappen. Dadurch, dass der Gegner wechselt, ist das ja oftmals so, dass der, dann die Chemie völlig auseinanderreißt, und, eventuell, ja, eventuell könnte es jetzt klappen. So, ja, eventuell. Dankeschön. Aber auch nur eventuell, vielleicht wird das auch voll das Gegenteil sein, dass wir jetzt hier komplett abkacken. Aber das macht nichts. Das macht nichts. So, Durm. unser Linksverteidiger. Das war nix. Ja, aber wo, wo ist Caligiuri, wenn man die braucht? Theoretisch hätten wir ihn jetzt gebraucht als Anspielstation. Dass der dann nicht da ist, ist natürlich kontraproduktiv. Ja, 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 okay, er gibt Freistoß. Gibt Freistoß. Gefährliche Situation. Wahrscheinlich direkt versuchen, zweite Etage. Das war wohl nix. Gott sei Dank war das nichts. Ja, mit unserem dänischen Team. Habt ihr denn irgendwie jetzt ein Favorite gehabt? Also habt ihr dir so ein Favorite gehabt, von wegen so zu sagen, okay, die und die Nation, oder habt ihr eher die Offline Cups gar nicht gespielt? Also, die Ligen gar nicht gespielt, oder andere Ligen gespielt? So, weil, warum nicht? Mal fragen, ne? Ob ihr diese Ligen gespielt habt, oder eher so gesagt, so, ah, Ultimate Team, da spielst du online noch nicht, ihr könnt nicht offline gegen den Computer, wer pisst du denn? Ähm, ja, ich fand ja immer besser, offline zu spielen. Online hast du, ja, wenn du einen schlechten Tag hast, dann kannst du es gleich klingen. Äh, hat man ja gesehen, als wir dann das Formtief hatten. Das hat eigentlich im Endeffekt nichts mit schlechten Tag zu tun, sondern einfach Formtief. Einfach Formtief, klappte gar nichts mehr. Es funktionierte überhaupt nichts. Aber Gott sei Dank, ist das vorbei, das Formtief? Fragezeichen. Obwohl, eigentlich, wir sind ja schon längst drüber, über das Formtief, also eigentlich, müssen wir Formhochsagen, die Möglichkeit, und da ist der Ausgleich, weil unser Spieler einfach nicht, hoch genug springen kann. Weil er nicht hoch genug springen kann, ist es der Ausgleich, das ist das 1 zu 1, ja. Weil er losgejammert wird, und ein Abschluss, ja. Die Abstimmung nicht richtig ist. Die Abstimmung ist nicht richtig. Führung war schenkt, könnte man sagen. Trotzdem, wir müssen weiterhin aufpassen. Ob das vielleicht nicht sogar noch anders laufen kann. So, Bechmann. Ja, der steht im Abseits. Was willst du machen? Was willst du machen? Achtung, jetzt nochmal hier. Wo willst du hinspielen? Gibt's nicht. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwo lang zu spielen. Theoretisch hätten wir nach hinten laufen können. Ja, die wären aber nicht mitgelaufen. Die wären nicht mitgelaufen. Und dementsprechend. So. Lassen wir es hier mal ganz getrost rangehen. Das ist das Gute jetzt gewesen, dass der Torer zum ersten Mal wirklich rausgelaufen ist. Sonst ist es ja immer so, dass die Tochter da nicht rauslaufen. So, jetzt wieder. Also dann, taktisch gesehen, macht der Gegner das richtig gut. Nimmt drei Mann mit. Setzt sie schön in die Zange und da kommst du dann kaum dran vorbei. Möglichkeit. Hier zum Führungstreffer. Weil jetzt immer der falsche Spieler anvisiert wird. Weil immer der falsche Spieler anvisiert wird. Ich wollte eigentlich den direkt neben ihn haben. Und kann er hier durchdribbeln ohne Probleme. So. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon unentschieden mit unserem Team des Monats hatten. Der Schiedsrichter sieht das nicht als faul an. Bach. So. Also trotz der Wechsel bricht das Team nicht auseinander. Das ist schon mal an den Ersteller ein Lob. Wir haben ja oft erlebt, dass gerade nach Wechseln Teams auseinanderbrechen. Das hier nicht. Finde ich gut. Es bleibt konstant auf einem hohen Level. Und es bleibt auch hier konstant mit dieser Zange. Das ist echt schwierig. So. Auch unser Innenverteidiger. Ja. Der als ZDM eingesetzt wird hauptsächlich. Ja. Super gemacht. Die Möglichkeit. Nächster Flankenball. Und so darfst du den doch nicht frei laufen lassen. So. Du darfst auch nicht spielen. So darfst du das nicht spielen. So. Nächste Möglichkeit. Also. Dass das Spiel heute so schwierig wird. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und nächstes Foul. Nächster Freistoß. Nächste Möglichkeit. Für den Gegner. Hier jetzt was anzurichten. Flanke kommt. Kopfball auch. Alle verpassen sie ihn. Was natürlich auch positiv ist. Ja. Wieder die Zange. Also. Da müssen wir jetzt mal. Mal was machen. Weil wir erreichen vorne die Stürmer nicht. Wir erreichen vorne die Stürmer nicht. So. Vielleicht einfach mal mit einem Befreiungsschlag. So. Es gibt keinen Einwurf. Weil er das so gekonnt gut macht. So. Hier jetzt wieder. Wo ist eine Anspielstation? Ich sehe nirgendwo eine. So. Und dann musst du einen Solo-Lauf starten. Weil hier nirgends wo irgendwer ist. das so. Doch noch am Ende dann kein Sieg. Das wäre der erste kein Sieg. Aber das Spiel läuft ja noch. Möglichkeit. Und er Schiedsrichter sieht ein Abseits. Abseits. Es ist Abseits. Das ist dieses kackschiefe Blickdings. Ich habe gedacht, dass er auf gleicher Höhe ist. Deswegen versuch's mal mit Risiko. Aber nö, ist nicht aufgleichbar. So. Ja, unentschieden. Das war heute nix. Das war heute nix. Sowas kommt vor. Das gegnerische Team war einfach besser. Es war einfach besser. Es hat einfach einen Abschluss an Unentschieden gegeben. Ich glaube, wenn wir wirklich auf Weltklasse gespielt hätten, wären wir heute unter die Räder gekommen. Und von daher geht das Unentschieden, glaube ich, in Ordnung. Ja, gute Abwehrleistung. Kam es da nicht durch. Hast du immer, zwischenzeitlich immer mal wieder Probleme gehabt. Und dann endet dein Spiel 1-1. Ja. So kann das eben auch mal laufen. Spiel des Tages ist es trotzdem unser Defensivmittelfeldmann. Auf der anderen Seite ja. Also, ich glaube, der Torwart, der gegnerische Torwart hat nicht viel zu tun gehabt, Leute. Heute nicht. War heute ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nun gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Denn die Möglichkeit, schaltet ein mit unserem B-11-Team. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adieu.